Willkommen bei einer weiteren Runde von MafiMasagt. Diesmal geht es um einen VIP-Rang. Nur 10 Euro, oh mein Gott, bitte alle lieben. Nein Spaß, ich erkläre kurz die Regeln, gell. Sind eigentlich ganz einfach. Ich sag MafiMasagt und dahinter im Befehl. Und das ganze sieht dann so aus. MafiMasagt duckt euch und schwupps seid ihr alle geduckt. Und wenn ich nicht MafiMasagt davor sage, dann gilt das ganze als kein Befehl und ihr sollt es nicht tun. Ja, das war es auch schon. Ansonsten gibt es noch die Modi MafiMasagt, äh MafiMasagt. Da frage ich jemanden was und der muss halt antworten. Okay? Ja. Erst mit dem Raten lassen wir diesmal weg. Sind ja eh nur, wie viele sind es jetzt eigentlich? 20 oder so? Ähm, 11, 16. Ne, warte, 12 noch weg. Also 14. Ne, 15. Was ne komische Zahl. Ja, unglaublich, gell. 16, 15. Mal schauen, wer den VIP-Rang bekommt. Und wir fangen einfach mal an, würd ich sagen, gell? Ja. MuffiMasagt springt. Das kriegt ja noch alle hin. Ich hab nicht gesagt, wie oft ihr springen müsst. Also daher könnt ihr auch nur einmal springen. MuffiMasagt duckt euch. Dann springt mal wieder. Mann. Äh, okay. Äh, hat niemand gemacht. Ja, hab ich nicht gesehen. Gut. Das muss ich nicht sagen, eh zu, wenn ich nicht sehe. Okay. Dann hört mal auf euch zu ducken. Jawoll. MuffiMasagt, lauft auf der schwarzen Wolle entlang. Ja. Zweifahren Frost führt. Yeah. Und ich mach mich jetzt. Ja, springen gehört, äh, springen ist genau das gleiche, wie wenn ich sage, ihr dürft euch umschauen. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass man das darf, wenn man sich bewegen darf. Okay. So ein bisschen. Gut, ich bin jetzt im Wennig. Und schlag random Leute raus. Das heißt, es ist komplett zufällig, wer jetzt rausfliegt. Ich liebe diesen Job. Ja, du sollst es aber nicht übertreiben mit teilen Lack. Ja, weiß ich. Das ist immer wie ein Holzschwert. Immer zu dir. Shit, ich bin raus. Und danke. Jo. Okay. Zweifahren Frost, dich hat es da reingekickt, oder was? Warte, warte. Ja. Wie geil. Obwohl ich doch so gut war. Ey, lass mich leben, bitte. Okay. Okay. Oh ja. Einen nehme ich noch mit. Oh, das waren zwei. Tut mir leid. Nein, nein. Okay. Maffima sagt, bleib stehen. Nein, lass doch nicht. Okay. Dann. Hallo, Dawgs. Hi. Duck dich mal. Schlauer Junge. Mal sehen, ob du genauso schlau bei den Fragen bist. Maffima fragt, wie ist der Umfang der Erde? Oh. Drei. Zwei. Eins. Und raus. 23.000 Kilometer. 42.000. Das kam zu spät. Das habe ich auch gerade gesehen. Das kann man auch googeln, gell? Okay. Shadow Shorts, warum hast du dich bewegt? Weil er mich geschlagen hat. Wer? Der Oli. Ich habe mich schon gewarnt. Ich habe mich schon gewarnt. Okay. Ja, sieht danach aus. Dann. Maffima fragt. Marci LP. Wie viele Goldblöcke stehen da hinten? Hm? Wie viele sind das? Schätz mal. Ich schätze 12. Hm. Das ist leider falsch. Es sind 15. Egal. Ja. Jo. Du bist raus. Nächster. Maffima fragt. Leon Theo. Wie oft ist mein Gesicht in dieser Arena abgebildet? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Mhm. Da bist du dir sicher? Ja. Du musst nämlich noch die Gesichter außen zählen, oder? Mist. Dann sind es natürlich. Sechzehn. Sechzehn. Genau. Ich hab vier durch. Maffima fragt. Ferdl. Wie ist die IP von Zäunen? Äh. Fünf und siebzig. Fünf achtzig. Fünf achtzig. Alter Schwede. Das war knapp. Aber ist es richtig? Ja. Ähm. Dann. Frag ich mal. Maffima fragt. Tube Gaming. Welchen Skin hat im Moment Klette? Klette? Ähm. Klette zehn oder Klette? Klette zehn. Eine Maffima Skin. Das ist richtig. Ah. Okay. Ähm. Ja. Dann. Maffima fragt. Neo Crafter HD. Welches Item hat hier eben gerade in der Hand? Hoppel. Ich rede von eben gerade, nicht jetzt. Hm. Ein Schwert. Das ist falsch. Das war der Goldapfel. Von hier. Wie viele sind noch drin? Drei Stück. Maffima fragt. Shadow Shorts. Wie ist die IP von Holz? Ähm. Holz, äh. Plappen. Also Holzplanken. Ja, welches? Ganz normale Holzplanken. Fünf. Vier. Drei. Drei. 35,3. Was? Wie ist mein Schiff? Äh, Doppelzien. Äh, fünf. Was sagst du? Einhundert, 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 einhundertundzwanzig. Einhundertundzwanzig. Guck ich mal nach. Einhundertundzwanzig. Ist ein Hartstead. Steuotime hat das eben geschrieben. Ja. Ja, Holz ist ganz einfach. Es ist nur die fünf. Dass du es nicht wusstest, okay. Das macht es ja noch schlimmer. Gut, wir haben zwei Finalisten. Maffi immer sagt, Ferdl und Tube Gaming kommt mal mit. Also, Jump ist soweit fertig. Der Erste, der den orangenen Block berührt, hat gewonnen und ich werde gleich los sagen. Bereitet euch vor, also, es geht um den VIP-Rang und Skill entscheidet diesmal. Viel Glück, Maffi immer sagt, berührt den orangenen Block. Oh, wer gewinnt? Ja, weit runter gewinnt. Die Jumps sind extra schwer. Komm, Junge. Eieieiei. Ach. Wartes Rennen. Ernst noch. Komm schon. Okay, einem fällt schon mal der Erste. Ach, keiner von beiden. Ezio, verpiss dich da. Sorry, aber was soll das? Es sind zwei Finalisten. Nein, nicht drei. Ja, der Ezio Jump ist schwer, aber vier Blöcke sind es. Ist möglich. Der macht doppelt schwer. Wackert drauf, bin da runter gesprungen. Okay, doch. Und, Ferdl hat es geschafft. Super, du hast VIP-Rang. Bis zum nächsten Mal. Ja, mir Check Sagen. Mein ist ganz egal.